Halli Hallöchen und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Golf is your Friends. Dabei heute wie immer Fientchen, Hallo und Patrick, Hallo und natürlich ich ja auch dabei ich denke schon. Ja jetzt machen wir die Map Haunted. Jo. Und los geht's. Ab geht die Porsche. Ab gehen die Bälle, nicht die Porsche. Achso, gut. Jenny braucht immer am längsten einen Laden. Hm, wundert mich aber mit meiner 100k Leitung. Ja, selbst Jessie ist schnell mit ihrer... 16.000. Genau. Weil hat sie es nicht ganz genau so einen Kopf gehabt. Tja, liegt wohl... Schlimmer ist es, wenn man noch weniger hat. Oh ja. Ja, ich kenne einen der hat nur 1800er. Oha. Ja, das ist natürlich auch übel, ne? Mhm. Er kriegt die nächsten fünf Jahre aber auch keinen höheren. Ja, wohnt das so im letzten Eck oder so? Ach, ich glaub, der wohnt in der Nähe von Münster und wie war das? Aha, okay. So. Schlimmer ein Hole in One nochmal schaffe, glaub ich auch nicht, ey. Ja, ich mach irgendwie immer zu schwach. Ich hab zweieinhalb gemacht, aber... Nee. Ja, ich war zu weit rechts. Mal wieder. Ja, machen wir jetzt nicht. Das hatten wir schon. Ja. Oh, hole in One, yeah. Wie viel hast du gemacht? Ähm... Gehst du da hoch? Ich glaub, es hackt. Also dreieinhalb, so dreieinhalb. Dreieinhalb hab ich auch gemacht. Ja, hm. Na, ich hab grad nur so den dritten Strich genommen. Ne, ich hab dreieinhalb genommen, ne. Hm. Na gut. Klappt wohl nicht immer. Ja, wahrscheinlich dann 3,25 oder sowas. Ja. Minus 0,001 irgendwas. Mhm. Ich verfolg dich. Wollt du putzen? Ja, aber pscht. Das ist schlimm für deinen Mann, sowas zu dir. Hm. Ah ja, beim Ball sieht man wieder so schön auf dem roten Teppich. Ja. Zum Glück leuchtet der. Gut. Zwei Züge nehmen wir. Ja. Alle zwei. Gut. Mhm. Mhm. Ach nee, ich lieg so weit rechts. Ja. Also wirklich, dass du mich immer nachmachen musst. Ja, aber ich jetzt anscheinend auch. Ja. Mal gucken. Ich versuche trotzdem. Muss trotzdem noch nichts. Na komm schon. Hopp. Komm, komm. Oh. Wenn du noch drauf hüpfen könne. Sonst klappt das immer. Jetzt. Geht doch. Oha. Der war knapp. Ich hab die doch nicht gestupst. Nee. Dann ist er gut. Du warst lieb. der Kamin ist nur böse der Kamin ist böse einer von uns muss immer hängen bleiben wie so ein Fluch verfluchte Map den Zügel 11 Zügel auch mal im Weg verhungert das gibt's doch nicht doch, Michael, das ist ein Mann Entschuldigung das von hier geht mit dem Winkel, ich weset ja nicht ne na, nicht wirklich nein, der war viel das ist mir klar das ist nicht wahr jetzt, ehrlich? ja, war so ein Videobeweis, kannst du mal nachgucken ich roll mal langsam rolle, rolle und rolle ja, geh wieder zum Anfang ja, so ich weiß auch nicht, warum es ausgerechnet heute so kacke ist ich auch nicht das hätte ja auch klappen können Geist okay, da ist in Ordnung nicht so ganz so stark ganz elegant vorbei ganz elegant vorbei ich komm auch noch dazu haut doch vorher ab, Mann bin doch nicht vor dir äh, Bildschirm drin nicht mehr hast du Glück mit der Hand vielleicht aber ich hui ich ich bin diesmal aus der Reihe getanzt nicht gut äh so full power, ne? ja ans Lesezeichen ach ne zu weit links ach ja dachte ich mir auch gerade wieder zu schwach, wa? was denn? du lagst vor der Linse guck mir nach rechts oh Gott viel zu weit viel zu weit links liege ich hier rum ernsthaft? ja, das ist zu weit rechts ach, Mann, ey ehrlich ich ach, toll machst du das, ey oh, nee ja, juhu sechs Züge, Hust naja naja ich hab sieben gebraucht ja, und jetzt direkt schade nein direkt rein das wärs gewesen, ey das krieg ich aber auch ständig hin immer gegen dieses äh Bücherregal da hier ans Holz hallo hallo stupst sie nochmal in die Ecke ne, du hast mich aus der Ecke rausgekauft was ist dat denn jetzt? Mann, ey drei Spiele aus der Reihe am Tanzen ach, ey Jessie ist aus der Reihe am Tanzen niemals doch so nicht mh egal nö, so auch nicht selber nicht besser Hust habt ihr nachgemacht? Pimmszüge, hey elegant dran vorbeigeschlichen mh, ja mh, ja mh mh ach nö oh, meine Lieblingsstelle ha ah doch mh 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 ja, toll heißt hoch oh, direkt auf Anhieb ich bin begeistert mh ja, ich mach's ohne dem Sofa, glaub ich mh mh äh, du hast mich angeschoben, Patrick danke ja, bitteschön danke für den Schwung bitteschön dass ich das mal sagen darf als danke, dass du mich angeschubst hast weiß ich doch gerne weiß ich aber sonst machst du immer nur Blödsinn draus ah, schade war aber nicht richtig, ne? nicht doll genug ach, Gottchen pfff was das für ne Alpha-Wand hier voll die Alpha-Wand, alter ja, äh ha ha, wo kam die Wand denn jetzt her? die hab ich da schnell hingebaut ah ja, guck an aber bist du mir bescheide? mh ah, um halben Wege wieder verhungert hier aha, geht doch oh Gott, das ist so schlecht ja, acht Schüge bei mir auch, ey neun oh 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 so geht's auch neun 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 aha, hier doch wie hab ich das gebraucht? nein naja, ich komm wahrscheinlich noch auf sechs wenn ich Pech hab uaah der rollt drüber ehrlich jetzt du hast es auch noch gesagt ich hätte lieber nichts sagen sollen, ne? genau Ich verfolge dich. Ich darf es nicht mehr. Warum auch nicht? Ja, juhu. Der war gut. Und, ah, schade. Ja, damit bin ich letzter. Oh, beim nächsten Mal hast du mich wieder. Sind auch noch vier Pünktchen. Ja, dann wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.